Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Jetzt habe ich hier, meine Damen und Herren, ein kleines Problem mit meinem Gerät. Das Gerät. Ich bitte um Entschuldigung. Das griechische Parlament hat in der Nacht ein weiteres milliardenschweres Sparpaket verabschiedet. Mit dem Beschluss sollen 13,5 Milliarden Euro bis 2014 eingespart werden.